Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dying Light. Wir gehen wieder raus. Nach 2 in Sektor 0. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Raiis Botschaft bezog. Ursprünglich als fest und konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Raiis Hauptquartier. Ich muss mir Zugang verschaffen, bevor Jade gefoltert wird. Oder noch Schlimmeres. Ja, schade, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Doch, doch. Gut. Springen wir von hier ganz hinten nach da ganz oben. Ähm. Springen wir von hier nach... Noch nicht. Hör auf zu... Denken, dass du... Oh, die Reflexion sieht gut aus. Aber... Da gibt's gar keine Reflexion. Mensch. Jetzt du springst gar nicht mehr. So. Trottel. Es wird demnächst eine neue Folge und eine neue Let's Play rauskommen. Wahrscheinlich, sobald das hier draußen ist, müsste es schon eine Folge um sein. Äh, und zwar von Life is Strange. Ich weiß, es haben ganz viele schon gemacht, ganz viele andere große Let's Player. Aber... Ich nehm noch... Ich setz noch einen drauf. Uh. Ich setz noch einen drauf und mach das Spiel auf Deutsch. Ha. Ja. Ja, da gibt es Leute in der Community, richtig, richtig, richtig cool, muss ich schon sagen. Äh, die das auf Deutsch, ähm, gemacht haben. Oh. Okay, hier ist scheinbar der Hack-Hack-Eingang, genau. Wie wir das ganze Spiel auf Deutsch gemacht haben und echt, das fand ich ziemlich geil. Und da hab ich mir so überlegt, ja gut, das Spiel fand ich sowieso unglaublich geil. Na gut, gibt's ja kein Spiel, ist ja so eine Serie, rein theoretisch. Und ich lade es jetzt gerade in diesen Augenblick runter. Ja, heute wird es schon die erste Folge geben. Wahrscheinlich gibt's das auch schon früher, wie jetzt. Äh. Moment. Wie diese Folge draußen ist, und so. Scheiße, 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 scheiße. Okay, jetzt keiner, schnell. Schnell. H.R.N. University. Still, you still can't. The kid. Survive. Wizard. Faster. Clever. Ne, wir wollen ja hier noch absolut nicht hin. Weil die, wir sind ja schon bei 70% und eigentlich möchte ich diese... Eigentlich möchte ich das Spiel noch gar nicht durchhaben, aber was soll's. Ja, wir müssen uns jetzt hier dolle beeilen, weil wir werden, wir werden sterben. Ihr kennt mich, ich werde sterben. Äh, ich bin gerade nach unten geflogen, irgendwie so komisch. Kein Problem. Viel lang passen wir. Machen wir die Linse sauber. Kann ich das irgendwie? Nee. Wie zum Beispiel hier? Ich würde hier gerne einfach mal... Durch den Boden durchglitschen und gucken. Na gut, da unten würde es gar nichts sein, aber... Rai's Stützpunkt. Dann nehmen wir natürlich Rai's seine Waffe. Aber wir nehmen noch... Ah! Wie hab ich das gemacht? Nein, sag bloß. 6 von 30 Flaggen. Ach, du Scheiße. Ja, äh, ihr... Das werde ich mal in einer extra Folge machen. Heilige Scheiße. Warte mal, ich bin auf I gegangen. Ah, F und Sammelstücke. Ach, du großer Gott. Voicemail. Sie... Gibt auch ein paar. Werden wir uns auch allein hören. Das werden wir... Moment, ich guck mal kurz, wie lange ich schon aufnehme. 5 Minuten. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Gut, ich wollte ja hier... Äh, noch gucken. Nein. Das werde ich mal wechseln mit einem... Mit einem Maschinengewehr. So. Ich hoffe, ich vergesse es. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rai's Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert. Ja, das kennen wir schon. Äh. Ja, das werden wir halt... Mal wirklich... Eine Folge... Heilige Scheiße. Gut, ob das so eine gute Idee ist, jetzt hier mit Licht lang zu gehen. Weil dann sieht er das ja. Naja, gut. Okay, hier noch nicht. Ach, du Scheiße. Hm. Hier scheinen... Hier scheinen... Oh, verdammt, da läuft jetzt gerade was ab schon. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier falsch. Er scheint sehr kritisch zu werden. Ich werde nur mal... Ah, ich bin draußen. Hm. Alles klar. Ist echt cool gemacht. Also, ich muss es schon sagen. Ich fahre mir nur... Wieso reißen? Gut. Wom reiß das macht? Es ist cool, wenn man die so berührt, dass die so wegschwimmen. Alles. Alles. Es scheint auch sehr knapp zu werden mit allem. Ich muss da lang. Ich darf jetzt hier auch keinen Fehler machen. Oh, verdammt. Ich will jetzt eigentlich auftauchen und gucken, ob ich hier Luft holen kann, aber das ist mir zu gefährlich. Nachher geht es nicht und dann bin ich ganz schön am Pumbrüchen. Hier sind ganz schön viele Zomis. Na? Alter Schwede. Oh Gott, bitte! Nicht jetzt! Das wird direkt vor Rai's passieren. Jede Wette. Troll? Ich hör dich. Ich bin drin. Das war der einfache Teil. Ich hoffe, das ist dir klar. Danke für die aufmunternden Worte. Ich sag's nur, wie es ist. Viel Glück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hoch muss. Ich hab jetzt gerade gar nicht auf die Karte geguckt, aber scheinbar ja. Ha! Mit der Fähigkeit kommen wir natürlich überlang. Moment mal, hier ist ja irgendwie irgendwas. Das ist ne, oder? Gut. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das schaffen, aber na gut. Wir sind scheinbar Profis. Ja! Ja! Äh. Kommen wir da rüber? Naja. Wir nennen das jetzt mal als Ja. Wir kamen da rüber. Alter, von selbst nach all diesen Monaten kann ich mich nicht daran gewöhnen. Hoa! Der ganzen Stadt wimmelt es von Untoten und du fragst, was ich meine? Mach's einfach fähig und denk nicht darüber nach. Echt jetzt? Siehst du sie? Siehst du, wie sie aussehen? Glaub mir, Alter. Du siehst nicht viel besser aus. Und? War dein Axel? Scheiße. Oh Mist! Ich hätte nicht schießen dürfen, wie sich das angehört hat. Und das ist ne Dreierpistole. Scheiße. Mit so viel Schaden und dann noch ne Dreierpistole. Huch, ich dachte, die kommt auch auf. Ich hab' noch irgendwas. Oh, dein Metall ist voll. Moment, ich will erst gucken, weil nicht, dass wieder so ein Schrott dabei ist. Hier, irgendwas hier? Schild. Ich hab' ein Schild? Ich hab' ein Schild. Gut, äh, das Schild wär' mal... In die Böller verkaufen, weil das ist ja Quatsch. Äh, verkaufen. Kann man jetzt eigentlich das Ding wieder nutzen? Nein. Ganz laut. Kliuuuut. Wir sehen uns wieder. Letztes Mal hast du mir was genommen. Jetzt hab' ich dir was genommen. Zum Handeln ist es zu spät, Reis. Ich verschwinde hier mit Jade? Oder mit der einen Hand, die du noch hast? Überleg's dir! Du kannst nicht einfach fordern, sie zu haben, Crane. Du musst sie dir verdienen. Jus! Huch! Geh! 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 Hab' ich doch gar nicht... Gefällt' dir das?! Uuh, Stroflinte auch noch... Jagt ihn in die Luft! Oh! Oh! Granat im Anflug! Wer ist die Hand? Gefällt dir das? Oh! Alter! Oh Gott! Uh! Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich kann den ganzen Tag so weitermachen! Musste er auch sagen, ne? Hä? Da bist du! Oben jetzt! Da ist der! Der leckige Luland-Zone! Der leckige Luland-Zone! Der leckige Luland-Zone! Kommt raus! Der leckige Luland-Zone! Der leckige Luland-Zone! Oh, hier steht der Dreck vor mir! Oh, hier steht der Dreck vor mir! Oh, verdammt, hier wird's voll! Oh, hier steht der Dreck! Okay! Stürbt sie ihm, bevor er wieder weglaufen kann! Ich werd nicht weglaufen! Oh, da hinten ist auch noch einer! Stürbt sie mich! Oh! 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 Was sagt mein Leben? 99, okay! Gut, das verpanzer... Oh! Was war das denn? Oh! Was war das denn? Gutes Verpanzerhaut 3! Nein. Sie bekommt nämlich bald Besuch. Gib dir mehr Mühe. Du musst sie finden, bevor sie der Fressen hört. Ah, große Scheiße. Naja, machen wir uns das mal etwas leichter hier. Obwohl wir können auch hier in die Mitte gehen. Äh, wir werden mal uns hier einen Böller nehmen. Äh, äh, Quatsch. Noch einer. Oh. Gemacht. Oh, verdammt. Knick. Jade? Oh nein. Oh nein, was haben sie mit dir gemacht? Geht's gut. Tahir hat mir einen übergezogen, bevor er mich hier reingesteckt hat. Bin sofort wieder auf den Gamm. Jetzt kommen ganz, ganz viele. So lange kann ich nicht warten, Skorpion. Das bisschen Zeit, das euch noch bleibt, verdankt ihr mir. Da du die Antennen repariert hast, konnte ich jedes eurer Gespräche mitverfolgen. Und wie habe ich dich wohl gefunden, Skorpion? Oder den guten Doktor Kent? Wie habe ich wohl die Verbindung zwischen den Sektoren unterbrochen? Ich führe Regie in diesem Stück. Und da ich Sarah's Daten habe, tut es jahri exakt das, was ich sage. Und das bedeutet, ihr seid beide nutzlos. Daher. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge natürlich erst. Tut mir leid, aber die 20 Minuten sind rum. Bis der nächsten Folge. Ab und nicht, mir gebt doch nach oben. Schreibt denen, komm, dann, wie euch das Video gefallen hat. Ciao. Ciao. Vielen Dank.